Hi, ich bin der Alex. Ich bin Arthur. Und hier zeigen wir unser Markertracking-Projekt. Das Projekt ist entstanden im Rahmen der ARVR-Vorlesung. Das ist eine Wahlpflicht-Bachelor-Veranstaltung. Das war unsere Abschlussarbeit. Aufgabe war es, einen Markertracker zu implementieren. Wir haben uns dann entschieden, hier so einen Würfel zu nehmen. Auf jeder Seite von dem Würfel ist ein Marker. Den überlagern wir dann mit einem digitalen Würfel, auf dem dann verschiedene Effekte abgebildet werden. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man so eine Art Markertracking implementieren kann. Aber grundsätzlich ist einfach wichtig, irgendwie muss man die Punkte dieses Cubes von der Kamera aufnehmen lassen und diese verarbeiten. Es gibt verschiedene, aber eigentlich im Kern gleiche Ansätze. Wir haben halt einen davon geholt. Das ist aber nicht alles, was wir da machen. Eigentlich ist es nur so ein Mittel zum Zweck. Sobald man das hat, zeigt man halt eben diese schöne Shader-Cubes. Also es geht eher darum, was man dann daraus macht, nachdem man halt die Position erfassen kann, wenn man sie aufnimmt. Wir haben ein Framework bekommen. Das heißt, wir hatten schon eine Grundlage, um das zu machen. Das hat dann zum Beispiel die ganze Verwaltung von den einzelnen Bildverarbeitungsschritten übernommen. Das kann auch Teile von dem Rendering übernehmen. Das heißt, da hatten wir schon einen kleinen Vorsprung. Und dieses Framework, das ist auch im Rahmen eines ehemaligen Projektpraktikums an der Uni entstanden. Also uns wurden natürlich im Rahmen der Vorlesung mehrere Beispiele gezeigt, was dann gemacht wurde, nachdem man halt ein Verfahren implementiert hatte, um irgendwie die Bewegung dieses Würfels zu tracken. Aus dem haben wir uns dann schlicht aus Gründen der Einfachheit für halt so einen Cube entschieden, der halt wirklich auch diesen Cube widerspiegelt und nur die Rotation befasst, damit man halt einfach auf jede Seite irgendwie was cool Visuelles darstellen konnte. Es gibt wirklich auch abgefahrenes Kram. Also andere Leute haben auch ein kleines Aquarium reingebaut und mit dem Cube kennt man dann praktisch so die Bewegung ums Aquarium rum, also sich so rumschauen. Der Vorteil von einem Würfel ist, dass man logischerweise meistens mehr als eine Seite sieht. Das heißt, es sind mehrere Marker im Bild. Und wenn man dann erkennt, dass die Marker nah beieinander liegen, hat man mehrere Positionen, beispielsweise drei von drei Würfelseiten. Und die kann man dann mitteln. Das sorgt dann dafür, dass die Ergebnisse robuster und stabiler sind. Das ist ein Vorteil von einem Würfel gegenüber einem einzelnen Marker. Also mir, als wir die Aufgabe bekommen haben, ging es mir so, dass ich mir dachte so, wow, ein Markertracker. Wir haben noch nie so wirklich ein umfassenderes System im Prinzip programmiert. Und das war dann durchaus was Neues. Aber wir haben dann im Prinzip ein Verfahren bekommen, wo was dann schrittweise erklärt wurde. Und das haben wir dann einfach Schritt für Schritt implementiert. Und immer wenn wir Probleme haben, haben wir die dann einfach schrittweise gelöst. Und irgendwie sind wir dann zu einem recht schönen Ergebnis gekommen. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020